recht herzlich willkommen zur 133 folge von grand age medieval ja letztes mal hatten wir gesagt wir müssen mal gucken dass wir hier ausbauen hier sieht man weintrauben nur auf stufe 1 das kann man zum beispiel erweitern und weiß nicht ob die baumaterial haben das die nächste frage hier ist fisch nur auf stufe 1 dafür stoffe schon auf 9 und was war das brot brot fehlt aber naja diesmal gerade was fehlt da jetzt oder was ist hier rohstoffe fehlen war fische da können wir doch noch was machen oder damit brauchen ein paar sachen zum ernten hätte ich jetzt beinahe gesagt aber beim fischen ist das mit dem ernten so ein bisschen schwierig da muss man die nur fangen ja und wie wir hier sehen da wird ja schon gebaut das hatten wir ja eben angestoßen gucken wir mal gerade weiter damit wir das mal gerade machen ja und wird immer gebraucht so dann kommen wir hier ja ist das rohstoffe fehlen rohstoffe fehlen aber hier sind es wieder baumaterialien zack aber da fehlen dann die baumaterialien im endeffekt auch da wieder aber das ist jetzt nicht so entscheidend wir stoßen ist auf jeden fall erstmal stoffe bauen da waren wir schon gehen wir hier rechts rüber das ist schon alles sehr schön ja das brauchen wir noch das ist alles relativ gut ausgebaut hier naja guck mal hier alles einzelne das natürlich schlecht aber hier fehlen uns die rohstoffe beziehungsweise das geld wahrscheinlich mehr genau das ist das entscheidende gut also wenn wir da drüben sind fließt kein geld ist klar ja dann oder jetzt ist mal was gekommen dann können wir auch hier was machen wir holz das eisen erst machen das ist viel wichtiger das andere bringen ja die händler dann auf dauer 433 geht nicht wegen fehlendem geld 52.000 schließen ach so dass auch noch mal schließen sonst läuft es nicht weiter ja 15 67 70 was machen wir jetzt hier ziegel oder getreide ich mache es getreide da geht es wieder weiter jetzt sind wir 13.000 hier ist bestimmt auch nichts gebaut aber hier ist noch null überall was ist das denn da haben wir nur ausgewählt und sonst nichts gemacht das ist ja ganz schlecht wenn man sowas so macht da kann man ja gar nichts gewinnen mit naja aber dann schauen wir mal zu dass wir hier jetzt dann noch mal da einsteigen und da was bauen es ist kein wunder wenn da hin und her fahren wird und er kann nichts abgeben jetzt ist irgendwo gerade wieder einer überfallen worden 32 30 55 65 jetzt machen wir immer das fleisch schnell weil das lohnt sich wahrscheinlich aber auch nur dann wenn da die rohstoffe hingeliefert werden müssen wir dann mal gucken wie wir das machen da ist noch was los zwei alles zwei auch nichts besonderes aber da kriegen wir jetzt auch nichts gebaut wegen fehlendem geld 16.000 also laufen lassen wieder und dafür brauchen wir einiges an geld jetzt sind wir ganz stark ins minus grad gefallen ok dann müssen wir jetzt warten ob es das wieder gut wird 80 miese na gut 82 ich mein geld an land über 100.000 70 47 da kann man was kein geld 28 plus jeder hat einer gut gehandelt würde ich sagen 26 29 60 plus 120 138 das ist ja schon mal richtig cool so etwas nehmen war das die frage was sagt er hier rohstoffe fehlen warum man trotzdem kann man das auch noch bauen der pilz geld das laufen und aber das noch mal kriegen dann brauche ich hier noch ein gleich aber dafür müssen wir genug da oben haben 30.000 das kommt wieder schwach jetzt krebs noch mal bei den 20.000 rum 50 40 ja kann man einer ordentlichen deal machen damit wir da richtig geld kriegen oder haben wir den ordentlichen deal im minus da hat einer nämlich viel wahre gekauft oder mit verlust verkauft das die frage oder da wurden irgendwelche sachen bezahlt die man bezahlen muss na das kann natürlich auch sein jetzt sieht es gerade ein bisschen mager aus 60 90 80 ok da geht noch was ich glaube den haben wir auch ach die sind alle mit plus 1 unterwegs oder wie sehe ich das kann man da noch einen mehr machen dann ja dann werden alle plus 2 gemacht die einstellung kenne ich jetzt aber noch nicht ok soll auch egal sein wenn es denn so ist dann läuft's halt so gut dann haben wir das auch erstmal gemacht dann gucken wir hier unten noch bei jetzt mehr vorbei hier gibt es schon mal zwölf da ne 14 da 19 da ist ja schon einiges hier ne die ziegel sind hier am schlechtesten und die brauchen 44 taler haben wir nicht na dann 30 82 dann basteln wir die immer noch dazu baumodus umschalten nach dann kann ich hier einbauen kann das sein ja und ich habe die anderen gemacht da baut er dann immer alles naja ok dann ist das halt so ne ich weiß gar nicht aber jetzt hier das gemacht haben oder nicht auf jeden fall kann man jetzt hier wahrscheinlich nicht bauen wir zu wenig geld haben oder doch 12.000 72 kostet da schließen achso wir haben umgeschaltet gab für einen jetzt ok dann bauen wir das jetzt ok jetzt habe ich es verstanden dann einmal umschalten bedeutet auch für immer umgeschaltet gut dann haben wir jetzt 60.000 plus ich glaube wir haben keine armee oder so ne nirgendwo ist hier eine truppe hier hatten wir welche in auftrag gegeben die aber wahrscheinlich gar nicht produziert werden weil irgendwas fehlt rekruten oder was ne bau waren fehlen die wollen das haben das gibt es hier aber nicht das gibt es aber hier und das kann man hier bauen gut dann machen wir da einen mehr haben wir hier was gemacht ne ne doch den fisch haben wir letztens gemacht gut dann machen wir da noch ein fisch war so viel schon gemacht ach das war ja alles kaputt wahrscheinlich ne ok die frage was wir hier ankommen was zu essen brauchen die leute erstmal das ist ja günstig dann wenn man das einzelne anklickt doch hier unten haben wir nur eine stadt team ist da können wir vielleicht auch nochmal anklicken alles 1 bis auf den fisch beim salz lohnt sich es wahrscheinlich ne da kommen fisch noch rein und es gibt dann erst jetzt haben wir wieder kein geld sonst aber umso mehr waren wir zum handeln haben umso mehr können wir auch verdienen ne ja gut hier sind auch noch inseln wie man hier so ein bisschen sieht und da müssen wir gucken ob da noch was los ist aber ich glaube da ist keine stadt drauf oder wir haben auch keine truppen die ja sehr forschen können gut warte mal ab oder spiel wird gerade gespeichert wir haben 35.000 plus insofern hier war einmal die überfälle ne gibt es hier schon was da sind auch schon zwei aber niemand fertig wo sind die die geistern darum im osten nichts neues ich weiß gar nicht ob die auch was einsammeln können das wäre noch interessant zu wissen ne wir sind bald da gucken wir mal das hier ne oder wir sind bald da ok das land wird weiß muss hinter sein da geht's lang gucken wir mal wir sind bald da ich glaube der beitrupp bautrupp kann das nicht machen ne er kann doch kein geld einsammeln da geht's lang glaube ich nicht da waren gerade 100.000 wieder das ist nicht gut was wir da jetzt gerade an negativen zahlen haben aber was willst du machen da geht's lang da geht's lang ok hier müssen ja auf jeden fall was irgendwo sein ne was war das jetzt ach guck mal die haben doch einen barenhaufen gefunden und die können es einsammeln das ist ja cool ja dann auch war das doch oder das waren zwar jetzt nur 2000 aber hier muss ja ganz viele irgendwo gleich sein da geht's lang da geht's lang ok da geht's lang aber hier ist nichts zum einsammeln das haben schon andere eingesammelt zeigt den weg ja sieht so aus da geht's lang wo sind wir jetzt keine ahnung wo der lang lief gut gehen wir doch mal hier hin 16 miese 13 miese 26 plus das ist schon mal was auf wanderschaft auf wanderschaft genau gucken wir gerade da hin ob da irgendwo geld ist auf wanderschaft auf wanderschaft gut dann machen sie gehen da rüber wir sind bald da weiß gar nicht ob die ne da werden keine dinge angegriffen da geht's lang da geht's lang genau naja ich weiß jetzt nicht ob es das bringt hier mit denen da rumzuloben weil die haben da zwar einen haufen entdeckt aber sonst noch nix ne vielleicht lohnt sich das gar nicht das könnte auch sein ne jetzt müsste man wissen wo noch ein überfall stattgefunden hat auf wanderschaft auf wanderschaft vielleicht müssen die genauer mit der nase drauf stoßen dass die das kriegen zeig den weg wir sind bald da wir ziehen los genau ziehen wir los ne der hat jetzt kein geld entdeckt ich glaube auch nicht dass die geld entdecken schick die mal da oben hin kann auch in der stadt gehen auch egal gut das ist dann erstmal geklärt geld ist jetzt mit 138 doch tatsächlich was vorhanden das ist nur die frage was wir damit machen dann kommen wir hier schon eine einheit die da steht spießgesellen von benvenuto und hier passiert nix weil wir hier keine 20 metall waren haben liefert keiner hin da ist das schlechte da dran die sind hier aber kräftig am produzieren oder hier gibt es 38 stück müsste nur ein händler mitnehmen das ist die sache ja gut aber ich würde mal sagen für die erste für diese runde soll es dann reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss